In diesem Video zocke ich mal nach zwei Wochen Pause wieder Fortnite, zur Zeit ist das Dragon Ball Event draußen. Ja, ich hoffe es gefällt euch. Wenn ihr auch mal wollt, dass ich andere Games zocke, schreibt es mir unten in die Kommentare. Die werde ich dann ausprobieren. Und jetzt geht es aber erstmal los mit diesem Video. Als erstes muss ich mal sagen, ich habe diese Season überhaupt nicht gezockt und ich habe leider keinen Skin gefunden, der am besten zu Zeus passt. Aber lasst erstmal ein Like und ein Abo da und ich denke, wir gehen jetzt erstmal in die nächste Runde. So Leute, da sind wir auch schon in der ersten Runde. Nicht wundern, meine Grafik sieht ein bisschen komisch aus, weil ich Performance Mode am Hub. Ich bin jetzt nicht der beste Fortnite Spieler, also habe der Bar mit mir. Tja, ich werde es mal probieren. Schreibt mir aber in die Kommentare auch einen anderen Skin. Die Skins, die ich habe, werden jetzt eingeblendet. Ich habe leider nicht so viele. Wählt einfach einen aus, den ich dann spielen soll. Was ist das für ein nicer Bacon? Den kenne ich gar nicht. Egal. Aber ich habe immerhin ein paar Emotes. Oh, der Battle Bus hat sich verändert und ich film mal gleich zu diesem neuen Dragon Ball Ort. So, da haben wir mal gleich eine aufladbare Maschinenpistole und eine leckere Pump. Oh, das ist der erste Glück, ne? Wie ihr seht, habe ich keinen Aim und ich kenne überhaupt nicht auf Headshot Aim irgendwie. Keine Ahnung, ich vergesse auch immer zu zählen. Deswegen hat mir zwei, ihr kennt ihn ja sicher, auch empfohlen, mal auf Controller zu wechseln. Hier fliegen anscheinend so Kapseln runter, soweit ich weiß. Und durch diese Kapseln bekommt man halt diese neuen Items, glaube ich. Und jetzt geht es erstmal mit so ein bisschen Metz-Farm. Ui, lecker, eine Sniper. Geil. Sniper ist eigentlich so meine Lieblings-Favorite-Waffe, obwohl ich eigentlich nur mit dieser blauen Sniper sehr gut bin. Oh, da ist, glaube ich, ein Gegner. Ich habe gerade einen Schuss gehört. Ui, alters, diese Waffe, krass. Boah, der hatte ja gar keine Chance. Diese Waffe macht so sch... Die zerfetzt der Schild. Hilfe, ist die krank. Ey. Boah. Der arme Gegner. Oh, 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 oh. Ich bin ganz schön schlecht geworden. Hab ihn. Ich habe zwar null gebaut und war eifelig scheiße, aber ich habe ihn trotzdem. Yay. Yay. Hab ihn. Easy. Wenn ihr das wollt, schreibt mir mal einfach in die Kommentare, wie ihr euch so einschätzt in Fortnite als Noob, als Pro-Player oder halt als Mongral 2.0. Und der ist schon der nächste. Oh, schöner 126er. Oh, scheiße, da sind Bots. Nein, ich habe gedacht, das wäre ein echter Spieler. Kacke. Wie findet ihr das Kamehameha und die Dragon Ball Kooperation? Schreibt es mir in die Kommentare. Oder oben fliegt einer. Denke ich treffe ihn. Schade. Da habe ich meinen Sniper irgendwo etwas überschätzt. Da oben hat sich anscheinend jemand eine Base gebaut. Doch, hat er. Hey, ist das ein Duo oder ist das... Schaden. Auch zu schlecht. Wir wurden beide von diesem Kamehameha gekillt als dieser Typ. Nein, er hat überlebt. Ey, nein. Ja, toll, die haben beide Kamehameha. Was hätte ich da machen sollen? Aber egal. Krank. Das muss doch immer sein, ja. Jetzt kann ich ehrenlos die Kilds abstauben. Let's go. Ui, 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 wie ehrenlos. Beide. Bester Revolverspieler 2022. Kappa. Ich will schreiten. Hallo. Ja, Ehre. Wie sprintet man mit euch? So, hier. Jetzt habt ihr mir zwar damage gemacht, aber egal. Ich hole mir dieses Item. So, jetzt mal ein bisschen nachladen. Wir haben das Item. Sehr geil auf jeden Fall. Jetzt mal auf die da schießen. So, zwei Kilds habe ich schon mal. Und den nächsten Kamehameha ist echt fies, muss ich euch sagen. Wenn da mal nicht dran denkt, dass man echt dagegen bauen muss, dann ist es echt krass. Ey, hier kann man sich sogar solche Teile kaufen. Wir machen jetzt die Challenge nur mit Kamehameha und der Wolke gewinnen. Schade. Man kann nur eine holen. Toll. Ich habe jetzt schon verkackt. Ey, what are you doing? Du hast gerade nicht im Ernst meinen Automaten zerstört, oder? Boy. Das tut mir leid, aber das gibt mir 6 Millionen. Ludwig. Mensch, das geht aber gar nicht. Und jetzt kommt der nächste Gegner. Der Arme. Wieder ein Kill mit den Kamehameha. Let's go. Und ich habe bis jetzt die Sniper gar nicht gebraucht. Nehmen die aber trotzdem mal mit. Ey, zu OP. Das Ding ist, Leute vergessen das auch ganz oft. Und da bringt es halt nichts. Aber das kann man sehr gut im Fight benutzen, um so quasi 2 Freekills sich abzustauben. Weil hier sind ja oft Leute abgelenkt. Deshalb kann man das eigentlich sehr gut machen. Ab zum nächsten Item. Hier ist so ein Item. Ich weiß nicht, was es kann. Das ist eine Zeit. Was ist eine Zeit-Herausforderung? Wird mir das jetzt auch gezeigt, was das ist? Na? Hä? Ist das jetzt einfach nur Musik? Ey, man kann da ja gar nicht gegenbauen. Ich habe gedacht, da könnte man gegenbauen. Bäh. Ja, okay. Renegade, Raid of Wish. Aber egal. Schau, Leute. Wir haben hier jetzt noch mal kurz, weil ich festhalten musste, sehr viele Battle-Sterne bekommen. Einen Level-Aufstieg, den man sich dann anscheinend holen konnte. Warum mache ich gerade die Musik leiser? Lauter. Und jetzt kann ich mal schauen, hier ein Battle-Pass. Ja, Seite 40. Ihr könnt mal sagen, was ihr von diesem Battle-Pass haltet. Und jetzt beenden wir mal das Video. Denn ich bin der Meinung, dieses Dragon Ball Event ist sehr nice. Dadurch bekommen auch mal nicht so gute Spieler eine Chance, besser zu werden, wie zum Beispiel ich. Mit diesem geilen Kamehameha. Und hier sehe ich auch, ich habe 20 Millionen Energie und kann jetzt einen Level-Aufstieg verwenden. Und natürlich das. Und das bekommt man halt mehrmals. Und man kann diesen Shenlong-kranken Drachengleiter sich holen, der echt geil ist. Ich werde es jetzt weiter versuchen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Leute.